guten morgen ihr lieben es ist jetzt etwa zehn uhr wir fahren zum ikea wir brauchen da noch ein zwei sachen für unsere youtube videos und eva sitzt da hinten kannst du mal winken da seht ihr sie und ich mache die kamera dann im ikea wahrscheinlich noch mal kurz an ja du hast eins von deinen tierchen dabei die du mein papa gebastelt hast für immer dein haustier und heute früh ist eigentlich nicht viel passiert wir haben ein bisschen gefrühstückt ihnen ist wie immer etwas früher mit eva aufgestanden und ich hatte noch mich ein bisschen hingelegt ich war dann auch um acht so etwa viertel nach acht aus dem bett gekrochen habe ein bisschen was geschnitten und ja dann haben wir gespielt und jetzt wie gesagt haben wir zum ikea ich wollte noch so glas schüsseln kaufen und zwar diese hier da kann man dann glaube ich diese tint die sachen gut drin sehen und diese kleineren schüsseln haben wir auch vier stück mitgenommen und ich hoffe das reicht dann hier kommt man sich ja echt dumm und dämlich kaufen aber ich versuche mich heute einfach mal etwas zusammenzuweisen die haben hier die ganze lampen sektion umgestaltet ich war schon ewig nicht mehr bei ikea und jetzt gucken wir noch nach bilderrahmen das hier hinten sieht auch alles anders aus und siehst du was was dir gefällt du siehst nichts was dir gefällt aber doch ein eispop die sitzt da unten nämlich in dem wagen drin unseren ganzen sachen wir haben jetzt hier wir haben uns hier diesen bilderrahmen noch ausgesucht der ist richtig breit denn ihn macht manchmal so ein bisschen steinhauereien er hat ein richtig cooles irisches rundes ding ich weiß nicht wie das heißt muss ich immer fragen produziert und das packen wir dann da rein und danach zeige ich euch das dann das sieht bestimmt voll cool aus bei uns im wohnzimmer und jetzt habe ich die doch tatsächlich von lauter gequatsche verloren das war der schnellste trip zu ikea oder etwa waren wir schnell ja super schnell 20 minuten rein raus für das geholt was wir brauchen wenn das nicht effizient ist weiß ich nicht was effizient ist hilfst du dem papa super du kannst dem papa das ruhig geben das ist keine krone sondern es ist damit das glas nicht so gegeneinander schubbelt guck mal gibst du das bitte dem papi wie viele haben wir hier 4 und Ava kriegt das bestimmt noch ein eis das hier ist auch alles neu ja na klar kannst du ein eis ich esse eine waffel das ist auch neu cool magst du dann auch eine waffel nie ne nur eis Ava ja aber ich bin mit spitze ok ja du kriegst ein spitzes eis Ava hat sich heute selbst angezogen alles selbst ausgesucht schick du hast es falsch rum an ich mach dir das dann gleich richtig deswegen kratzt es ein bisschen am hals nur das eis nur das eis meine waffel war nicht so lecker da hab ich nur die hälfte gegessen aber Ava schmeckt ihr eis schau mal da ist der wollen wir schon rein? die haben unseren REWE Center unheimlich umgebaut sieht jetzt richtig modern und schick aus nur von außen noch nicht und da sind meine beiden wir müssen wir müssen jetzt nur noch ein bisschen Lebensmittel kaufen und dann gehts nach hause und dann filmen Ava und ich noch ein bisschen zusammen was ist alles neu hier drin guck mal wer das sehen könnte da hinten waren früher die ganzen Babyartikel mhm ihn möchte noch ein Notepad kaufen müssen wir mal gucken wo das ist ach der Bürobedarf ist direkt vor uns guck mal magst du eine neue CD Ava? ne video nicht ne video nicht hier fürs bett magst du dir was aussuchen die playmos weißt du denn überhaupt um was es da geht ne wollen wir erstmal gucken über Pferde über Pferde ok jetzt habt ihr die Ava noch nicht mehr gesehen magst du vielleicht eine Conny Geschichte hier ist eine Conny Pferde Geschichte hier ist eine Conny Pferde Geschichte Ava Avy nicht die hier ok gut wenn das das ist was du möchtest bist du damit glücklich ja wir können nachher nach den Spielsachen gucken Ava die haben hier nämlich auch eine riesengroße Spielsachen Abteilung und guck mal Avy eine Meerjungfrau aber ich finde das ich habe nämlich auch nicht aber das ist so sehr schön ach ne Avy du hast jetzt schon aber das ist einfach so sehr schön ich weiß dass das so sehr schön ist Ava so ein Anband ja aber dann das geht aber nicht man kann nicht immer alles haben okay Schätzi dann lauf mal dem Papi hinterher cool was alle gibt und My Little Pony ne Avy guck mal wie viel kostet das denn 3,60 Euro das ist irre teuer was weißt du denn mit dem Quatsch dann am Ende komm such lieber mal den Papa den haben wir jetzt schon wieder verloren wir verlieren ständig den Papa ein Sticker hier welches Stickerbuch möchtest du aber Avy das ist ein Make-Up Buch das ist für Vorschulkinder da soll man Make-Up reinmalen wie man sich schminken möchte Schatzi das ist kein Stickerbuch und du hast ganz viele Sticker Bücher zu Hause und da möchte ich gerne dass du die erst fertig machst dann guck mal rein ähnlich aber Avy das ist alles für große große Kinder so ab 10, 12 das ist nichts für angehende Vorschulkinder Ian und Ava spielen noch ein bisschen und ich bereite das Tinti Video vor das wir heute filmen wollen wir haben hier die ganzen Tinti Sachen die muss ich jetzt noch an den großen Küchentisch bringen wir filmen nämlich heute am großen Tisch der kleine Tisch beziehungsweise das Ikea Regal ist heute dafür einfach ein bisschen zu klein dann habe ich hier die ganzen Glas Behältnisse die Schüsseln bei Ikea vorhin ja noch gekauft damit ihr genau sehen könnt was mit den Tinti Kugeln und den anderen Badespaß Sachen dann passiert wenn man da Wasser dazu gibt das baue ich dann alles hier auf dem Tisch auf da sind schon unsere Lampen die wir hier oben benutzen im Keller sind ja noch viel 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 mehr Lampen für die Playmobil Filme und jetzt muss ich noch einen klitzekleinen Clip mit der Barbie filmen wir hatten nämlich letzte Woche gar nicht gemerkt dass man hier ganz cool den Bauch der Barbie drehen kann zack dann ist sie nämlich nicht mehr schwanger und das möchte ich jetzt gerne noch ins Video mit reinschneiden die Barbie kann es kaum abwarten endlich loszulegen wir haben hier unsere ganzen Tinti Sachen aufgebaut wir filmen ja heute am Küchentisch da hinten steht der Fernseher und zwar haben wir den direkt vor die Kamera gestellt damit wir nicht ständig rein lunsen beziehungsweise wenn wir rein lunsen sieht so aus als ob wir in die Kamera gucken da sind unsere Lichter hinten in der Küche noch eins und die Evie ist schon total ungeduldig wir legen jetzt los jetzt geht's los wir haben das erste Video jetzt fertig gedreht die Evie spielt hier ein bisschen hat sich eins der Schüsselchen geschnappt und ein paar Spielsachen und wir sind nur dazu gekommen die Schatzkiste auszuräumen den Rest haben wir noch gar nicht ausprobieren können da war so viel Zeug drin und ihr hört die Eva da im Hintergrund spielen und unser Chaos ist immer noch dasselbe denn wir filmen jetzt direkt weiter also noch die ganzen Schüsseln so seht ihr es besser und ja ich bin schon ganz gespannt wie die anderen Tinti Sachen probieren ich bin schon ganz gespannt wie die anderen Tinti Sachen funktionieren wollte ich sagen und das was wir gerade aufgemacht haben da habe ich nämlich so Klipse drum gemacht seht ihr das ja hier in der Tüte ist es jetzt drin und damit kann dann die Eva so peu a peu baden es wäre ja unheimlich schade wenn die Sachen sonst weg kämen also die muss man schon noch benutzen dafür sind die auch zu teuer um die nur mal auszuprobieren und dann in den Müll zu schmeißen deswegen haben wir alles aufgehoben und die Evie freut sich schon drauf die hat jetzt für die nächsten gefühlten Monate genug Badezeug Evie wollen wir weitermachen brauchst du noch einen Moment Pause? Na denn Evie macht noch einen Moment Pause und ich wollte das jetzt alles noch weiter filmen die anderen Tinti Sachen die ich hier hinten aufgebaut habe und ich wollte heute eigentlich mit der Eva auch noch Knetseife machen und die dann mit der Knetseife vergleichen die wir von Tinti bekommen haben vielleicht klappt das ja auch noch Evie wollen wir dann noch Knetseife machen? ja cool also Eva hat Lust drauf jawoll Eva spielt jetzt etwas ich muss hier den ganzen Müll den ich auf den Boden geschmissen habe auch wieder einsammeln ich mach jetzt Zauberbutter der wird super super giftig oh nein dann trinke nicht die anderen oh oh da kriege ich ja Angst Eva zaubert nämlich hier ein bisschen haben wir einen Zauberstab aufgemacht von Tinti Abrakadabra dreimal schwarzer Kater Abrakadabra na so das ist ein ganz dichter Spruch Abrakadabra Simbeli Bimbel Zauberen Strücker Fabrich Frosch alle Butter rein und Holz dazu Butter rein Butter Butter blub 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 wow das ist ja ein cooler Spruch und ich muss euch zeigen wie viel Tinti die Eva jetzt hat guck mal ich habe hier alles was jetzt von dem Video übrig und dann Kaka ach du meine Güte bei uns ist alles Fäkalsprache im Moment ich wollte euch jetzt mal zeigen wie viel Tinti die Eva hat das ist all das was wir angespielt haben oder das was wir doppelt hatten durch die Schatzkiste und ja ich glaube wir haben für die nächsten paar Mal baden genug Zubehör es scheint mir fast als ob meine Evie bald das sauberste Kind bei uns im ganzen Ort sein wird wir wollten heute eigentlich noch Knetseife machen ich hoffe da kommen wir dazu drei Videos später sind Emma und ich ganz schön fix und alle ich schneide gerade noch ein Video und die Evie und ihre Cousine sitzen da einträchtig gucken ein bisschen Zootopia oder Zootopia je nachdem Zootropolis je nachdem in welcher Sprache man den Film guckt mein Mann räumt da hinten auf der war so lieb ich war dann so fix und alle nach dem ganzen Film Eva ist weggerast und ich habe dann die ganzen Schüsseln gesehen und er hat gesagt setz dich einfach hin ich mache das alles weg das war echt cool ich mache jetzt Pause er hat für die Kinder gekocht und für mich und ja dann film ich heute Abend noch was und morgen hoffentlich weniger also heute Nachmittag war gar nicht mehr so interessant naja war trotzdem schön es hat Spaß gemacht diese ganzen Tinti Sachen waren echt cool so ihr Lieben die Evie hat jetzt ihren Schlafanzug an sie geht jetzt gleich ins Bett sie sitzt hier auf meinem Bein wir wollten euch einen wunderschönen guten Abend wünschen wir danken euch fürs Zuschauen und wir sehen euch beim nächsten Vlog bis dahin tschüss und wir sehen euch beim nächsten Vlog und vielen Dank fürs Zuschauen